so leute und weiter geht's bei far cry schauen wir was wir als nächstes anstellen können was liegt denn hier keine ahnung und 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 da ist jetzt schon wieder einer den hätten wir und jetzt müssen wir den lkw abziehen das ist die falsche richtung alles klar und ab geht's mit dem super schnellen super truck ja 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 ich bin gespannt ob das hier weit weg ist nein 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 falsche richtung man ständig ändert sich diese richtung hier ja das ist doch nett standesrechtlich erschossen zu werden das macht doch immer spaß und wir haben es geschafft mal wieder erhalten munition aufgefüllt so jetzt sind wir hier und gehen zu einem kollegen mal rein mal gucken was hier so groß ist geisel rettung verteilt an die bedürftigen neue waffe neue waffe ja auch neue waffe ist gut ja 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 die neue waffe immerher damit ich mach mal verkauf mal verkauf mal gerade sachen die wir nicht so brauchen heute kann nicht verkauft werden dein geld wurde das voll also was sollen wir kaufen schützen hilfe aber ne schützen hilfe marke 6000 schützen hilfe ist das besser ziehen oder was ja ne ich glaube körperpanzer körperpanzer heilspritzer seitenwaffen ich hab das immer noch nicht verstanden mit den seitenwaffen ich auch nicht kaufen kaufen also heißt man kann hier so eine normale handwaffe nehmen und ach machen wir mal fix so jetzt müssen wir eigentlich zwei waffen haben ja genau jetzt haben wir zwei ja das geht ja genau so kaufen anpassen dann haben wir noch waffen die ist frei geschaltet ja die da hinten ist auch frei geschaltet nimm mal die svd was meinst du die oder die ach ne die kann man auch nehmen ne die sieht besser aus ne die ist anpassen und die ist kaufen also heißt die haben wir schon die haben wir schon ja die haben wir die haben wir auch dann nimm doch geh doch auf anpassen und die müssten wir kaufen kaufen rpg7 also Panzerwerfer oder was ist das ja was ist das da für 44.000 da ne scharfschützen ne das daneben der nachbar das ja pm pkm keine ahnung hm welches wohl am besten ja wir haben noch 90.000 ne 190.000 also ja wir wollen ja auch noch was verkaufen ne wie würde ich sagen sag was welche haben wir das ist die die wir haben ne ja ok dann lass uns entweder die die nehmen chrome ich weiß warum ja ja warum ja wie ja ok ich glaub ich ne andere guckmann aber egal einzigartiges das munition karten masken in süd kiewart ort in süd kiewart verkaufen staunenwand verkaufen verkaufen mein gott was sind alles für eine scheiße ich weiß nicht, dass wir aufgesammelt haben jetzt haben wir wieder so viel es ist leer noch irgendwas kaufen ja wir haben noch 62.000 haben wir was haben wir in zart was bessere panzerung haben wir schon alles haben wir schon alles ja dann ach so das sind seiten waffen und das normale waffe welche welche als normale waffe nehmen diese die wir eben gekauft haben die war das die oder die die wieder nehmen die ja 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 die kleine die waffe 6p diesen platz zuweisen ja okay alles klar dann hätten wir das so weit und ich würde sagen dann beim nächsten sehen wir uns beim nächsten mal sehen wir uns beim nächsten mal